hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde minigames hat schon wir 1 auf timoya habe ich hatte schon jetzt schon so oft gebracht aber macht es mir auch am meisten spaß und ich habe einen screenshot gemacht ich werde mir immer wieder zu kids an machen und so genau das so auf anderen seite packen und dann kämpft ihr gleich mit dem ersten hier und ich habe auch ein neues texture pack drin das ist ein cs go pack was proxy gemacht habe ich noch ein bisschen überarbeitet habe und dann vielleicht verliesen wir es mal bald dann überbrocken dies auf seinen kanal mal gucken das ganze gemacht wird manchmal aus hier der immer settings das aus aus gut ich mag es auch lieber wenn ich da oben jetzt keine fps und anzeigen und alles haben wir nicht aufnehmen keine ahnung hat es eher so wenn es so frei ist und ja so wie kennt die nächsten jahre auf einmal muss ich nicht einmal den kit einfach ein lob ist egal wie wir gehen den nächsten hier gegen nico mal gucken auch die sterben halt immer alle so schnell das ist scheiße genießen und ihr könnt mir die kommentare schreiben ob ihr es mögt wenn ich mal so eine maus cam mache und da keine ahnung wenn wir die kommentare schreiben was sie dazu sagt und nicht so kann auch keine richtigen retten sondern halt einfach nur zeige wie ich klicke wie viel viel halt sowas ob das feiern würde keine ahnung schreiben was meine kommentare und ein bisschen länger überlegt der typ woher gibt es halt fast keine menschen das als mensch einfach gibt es keine spieler die wollte ich richtig suchen können und dann schreiben die meisten immer scheiß geht obwohl man das einfach mit rechtstrick daraus machen können dass man keine suppen kids bekommt aber keine ahnung vielleicht bekommen wir hier meinen guten so einen alten umgeschenkt hat der skillcrafter pvp pvp mensch der pp im namen der muss nur gut sein wir sterben die alle so schnell aber man hat gegen nächsten mal gucken und ja wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt ich habe jetzt die eine woche kann wieder wieder hochgeladen dafür auch irgendwie kein video eine woche lang das ganze damit zusammen dass ich halt meistens nur was hochladen wenn ich gerade minecraft markt und wenn ich mal keine lust auf minecraft habe dann hatte ich halt kein minecraft hoch weil keine ahnung zurück wenn ich so nicht ein video hochladen und ihr merkt es daran gar keinen spaß hat und deshalb haben wir zwei wochen wie nur zwei videos da wird mir leid aber wenn ich halt wirklich keine lusten hat auf meinen kann dann lade ich auch nichts hoch und wenn ich mir lusten hat so wie jetzt auch wieder videos und ja wollte ich mal gesagt habe ich habe jetzt nicht so eine völlige upload pflicht aber ja sollte ich schon irgendwie mal so drei vier videos bringen pro zwei wochen oder so und das wird jetzt wieder machen also halt wieder vor und ich versuche es zumindestens und ja mal gucken ob wir mal ein fight bekommen wo ich beim liefern darf das ist auch mal cool ich glaube das geht auf dem wir ja nicht oder gegen den hier kann ich kann das suchen ich weiß nicht der kann auch nicht meine können alle nicht suchen ach mann okay ab zum nächsten ok jetzt neben zombie dayla gucken ich kann da ja suchen na du ich komme in dein haus darf ich hier rein hallo hast die aber treien gerichtet doch einmal wie film aber der wollte nicht wie film so gemessen aber ich fand ich die map ratlos ist für dieselbe man aber aber die geht da nicht in das haus ran ja der geht nicht in das haus rein der ist ein vernünftiger der macht was anderes auch mal nicht der haben alle so schnell ab dem nächsten michi mal gucken so wie cool wenn die auch mal aus timoyas und renkt system hinzufügen dass man so gegen so elo typen vielleicht mit zu spielte und mit elo typen also halt mit elo dass man super niemals machen kann den sie das meiste eben haben und dann halt gegen andere typen und so das ist echt cool weil dann bekommt man auch keine leute die nicht suchen können das wäre ich cool irgendwie dann haben wir hier text ist fünf okay ich hoffe dass ich mein auto jetzt auch gerade aufnehmen das wäre sonst irgendwie doof aber nach ja nehme ich auf das ist gut so dann können wir gleich mal gegen die nächsten drei minuten haben wir denn jetzt schon um ach erst fünf ja es kommt mir schon so lange vorher alle sterben halt auch alle so schnell deshalb kommt es immer so lange davor ich glaube ich mache jetzt auch mal so ein etwas längeres video denn ich habe ja so lange jetzt kein dings gebracht keine kein video da kann ja ein bisschen länger das video machen vielleicht bekommen wir heute noch mal einen der auf die bisschen länger auszelt ich kann ja mal ein turnier rein bei uns das scheuen mit unterstrich pinguin unterstrich pvp ok mal gucken das ist die stadt in 10 sekunden das ist praktisch so auf geht's das haben wir hier für ein kit in sind damit paulischen protection rüstungen und schönen asimov bogen hallo na du hast das biet ich glaube schon ja wir haben sogar speed zwei so auslex von mir ach geht halt wenn es die zwei hat steht dann mein fbv bis weiter runter ich glaube ich kann besser eben wenn ich ein höheres fb vorab kann das sein ich weiß es nicht mal gucken wir uns das so ein bisschen auf 90 hat und dann mal auf 90 und kämpfe mit speed sind noch etwa bleiben das spieler bekämpfen hier gerade die kämpfe gerade jetzt im pvp der hoster des turniers gegen zombie day den habe ich auch schon gekämpft aber nicht in dem turnier sondern glaube nur in dem normalen 1 versus 1 der der seine porsche und der andere hat seine porsche nicht mehr zum den hat seine porsche nicht mehr weil ich seine porsche nicht mehr das wird glaube ich ein knapper kampf hat jetzt pinguin pvp gewonnen ich jetzt wieder dran ne ich bin immer noch nicht an das kämpfe gerade mr benni und king wuki er hat seine porsche machte an dabei bei der mire porsche noch mr benni kommt mr benni den kriegst du den kriegst du bist der benni ich glaube an dich aber nein wisse wenn er hat leider nicht gewonnen hat der andere gewonnen er kämpft jetzt hier noch einmal mr benni den king wuki darf ich noch nicht kämpfen möchte auch noch mal kämpfen und man er geht diesen komischen traum hier hoch den blauen traum geht er hoch vielleicht wieder von da aus mit seinem bogen kämpfen er kommt es in den angriff über er geht es in den angriff über und tötet er ihn tötet er ihn nein king wuki und king wuki hat gewonnen darf ich jetzt kämpfen ja ich darf kämpfen gegen mr pixie gamer auch näher mit die posen geben trotzdem gewonnen habe ich glaube immer gekürtet das soll gut war gemischt der pixel gamer komm schon stört ja habe ich gewonnen als getreiz so wir haben hier als zombie dayler wieder gegen mr benni ich bin dann jetzt wieder gegen jetzt pin und pp wie den hostels turnierst man ich habe so bogen kann nicht gut mit bogen schießen bin ich so ein boss spieler an die pols hat gesessen hat gesessen die wird feierlich okay also schon final oder so ich glaube nicht ich kann aber nicht mit dem bogen weil bin ich echt nicht gut hallo da oben wie geht es da oben alles gut alles gut voll gut auch mann der kämpft wirklich mit dem bogen ich sollte ihn eigentlich töten ja gut der kämpft irgendwie eklig weil er da oben auf dem baum gekämpft hat so der nächste kampf gegen supergamer 0905 mal schauen war der kämpft ja ja der kämpft mit einem bogen ach bogen kämpft sich nicht so toll leider die torschen hatte auch gesessen aber mein hat auch ein bisschen gesessen denke ich mal da kommt schon ach gut nächster kampf ich unterlass einfach mit dem bogen zu kämpfen weil das kann ich irgendwie nicht so gut gut nächster die hatten die poison gegeben beziehungsweise die damage potion so hat kann den kampf gewinnen das wird knapp das wird knapp das wird knapp weit ein halbes herz glaube ich gerade das hat direkt da weg jetzt nicht um und schießt mit dem bogen pass auf was ich sage direkt auf jeden fall jetzt läuft er da lang es läuft hier rum ein bisschen direkt ja gutfalls hat nicht so viele herzen nur zwei oder anderthalb irgendwie war das bislang der knappste feit glaube so gegen muster pixie game spiele ich jetzt habe ich mal gelingen das spiel ich weiß es nicht na du na komm ich kämpfe mit dem bogen so im agli mit dem bogen kämpfen ok good fight und nicht damit volle herzen herr ist da bin doch voll auf mit dem bogen getroffen ich glaube der bogen macht überhaupt gar keinen schaden natürlich auch auf mit dem bogen zu schießen ja guckt aber nur ein herz oder so nicht so gut gut fight das ist glaube ich finale die finale gegen mr benny wird luck herr fun auf geht's so ach gut vielleicht habe ich mir einen portion getötet ok jetzt auf dieser map der letzte kampf hoffentlich ok ich hacke also immer schön sein dass man hier aufnimmt weil man sonst wieder als hacker beleidigt wird wenn man irgendwie einfach nur gut ist oder einfach keine ahnung was hat das ist keine ahnung wird dazu hat als hacker beleidigt oder quick droppen das war vielleicht noch mal entspannen dass man die wann zum abschluss der folge was ich habe nicht gesucht auch gott einfach easy ja gut soll er sich schreiben dann dann kennt mich nochmal denn ich habe vergessen zu suchen oder sowas keine ahnung was das gerade war mal schauen gegen läufig zwölf jetzt was auch die community wenn ihr irgendwie ein kampf mal gewinnen außer wie 50 stück dann schreibt gleich easy ich werde mich in ein feuer rein so dass ich mich selber in ein feuer rein ja ja der läufig aber ich bin jetzt doch ein feuer rein gerannt ach man so gut so das war jetzt der letzte kampf aus der ähm so klein 1 vs 1 video beziehungsweise aus dem kleinen 1 vs 1 video und ja ich kann ja mal gucken was hatte ich jetzt denn hierfür Steps ah äh nein nicht scannen obwohl ich habe ich immer aus den hr hr kommt man schafft mich ausgezahlt aber nein also warte äh nein ich will hier dahin so dann das 34 also habe ich hier habe 34 geht's und ein tot weil ich gerade nicht richtig soupen konnte seien wir jetzt irgendwie gefehlt habe aber egal dann werde ich sagen was ist hier von dem Video ich hoffe es hat euch gefallen und ja dann sehen wir es nochmal schnell an so wenn es euch gefallen hat würde ich mich sehr über eine positive Wertung freuen und ja schaut rein bis zum nächsten mal und bye